Hallo meine Lieben und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge The Forest. Jawoll. Oh, da liegt noch was zu essen für uns drauf, obwohl ich eigentlich gar keinen Hunger habe. Ähm, ja, ne? Was geht hier weiter? Was geht hier weiter? Ihr seht es schon, ihr seht es schon. Es geht hier weiter Holz, ne? Holz geht hier weiter. Sehr viel Holz. Denn wir müssen die Mauer bauen, ne? Wir haben hier noch genug zu tun. Ähm, warte mal, ich möchte mal eben was gucken, wie viele Stickys habe ich. Ich habe sechs Stickys. Da kann ich, glaube ich, noch mal ein paar mehr mit wegholen. Aber ich gehe mal eben da hinten hin und hole da mal ein bisschen Holz weg. Damit hier auch mal ein paar neue Bäumchen wachsen. Weil ich habe hier schon so ziemlich viel abgeholzt, sehe ich gerade. Genau. Gehen wir mal kurz hier rum. Nehmen noch mal kurz die Stickys mit. Wie viele habe ich jetzt? Acht. Okay. Ja, es wird aber dunkel, ne? Schiert. Es wird Nacht, meine Freunde. Es wird Nacht. Heißt, ich muss jetzt mal ein bisschen hier Gas geben. Noch ein bisschen aufladen. Ich hoffe, der fällt jetzt in die richtige Richtung. Jawohl. Das waren auch wieder nur vier. Das gibt es doch nicht, dass das so wenig sind, nur immer. Auch von den dicken Bäumen. Das ist ja eigentlich total strange. Ich nehme jetzt noch mal einen mit und dann verpiesel ich mich mal kurz. Weil das wird mir hier schon wesentlich zu dunkel wieder. Ich sehe hier irgendwo Licht. Ne. Da hinten ist Licht. Ich packe den schon mal eben voll. Soweit es geht. Soweit es geht. Aber hier ist auch gerade niemand unterwegs, ne? So, bevor ich den jetzt hier dumm rumstehen lasse. Fangen wir mal kurz zurück. Machen da noch mal ein bisschen unsere Mauer weiter. Ich muss mal gucken. Ich wollte hier ja Türen bauen, ne? Okay, super. Hier können die zwei noch rein, die Jungs. Der kann hier auch noch mit ran. Die können jetzt zwar noch mit rein. Haben wir denn hier auch irgendwie eine Tür oder sowas? Das muss doch eigentlich auch gehen, ne? Mal eben gucken gehen. Wall mit Tür. Okay, eine Wall mit Tür haben wir. Das ist gut. Super. Okay. Dann pass mal eben auf. Wir feuern das Feuerchen nochmal eben an. Was habe ich denn noch zu essen? Nicht mehr viel, ne? Okay. Der Upgraded Rock, der ist eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Blueberry Coneflower Seeds. Ich müsste auch mal so ein Beet anbauen. Hatte ich das weiter hinten? Ne, hier war das. Ah, da brauche ich zwei. Ah, da brauche ich mehr. Mhm. Okay. Okay, gut. Dann können wir hier nochmal die Stones reinlagern. Nein, können wir nicht, weil wir haben keine Stones mehr. Keine Stoneholder sozusagen. Ach, da kommt schon wieder einer, oder was? Ach, da bist du. Hallo. Ey, hörst du wohl auf? Drei? Sei dir bescheuert. Der eine ist da hinten. Wo ist der? Ach, da bist du. Das gibt's ja wohl nicht. Komm, die mal einfach hier so rangezaubert. Und machen wir hier meine Sachen kaputt. Tö. mit Stones habe ich jetzt eigentlich erstmal genug, glaube ich. Jungs, ey. Ihr habt sie doch nicht mal alle auf der Latte, oder? Was wollt ihr denn hier? Machen die hier einfach mal eben alles kaputt. Ähm. Mal kurz hier noch was raus. Ja, ich brauche aber noch ein paar. Ja, wunderbar. Jetzt bin ich auch wieder voll. Und jetzt haben wir auch wieder genug Knochen. können wir die Knochen noch mal rausnehmen. Die Köppe kann ich nicht mehr nehmen, ne? Ne. Gut, Knochen haben wir genug. Köppe brauchen wir jetzt gerade nicht. Was ich brauche ist, ähm, ja, Hunger und so ist okay. Ausdauer ist nicht okay. Hier, ich kann mich mal eben hier hinsetzen. Die kann mal eben wieder ein bisschen hoch. Hier ist schön warm zumindest. Okay, super. Gather Locks. Wir müssen noch ganz, ganz viel Zeug, ähm, uns einmal holen. Habe ich noch hier was am Lock? Nein. Ich habe hier noch was zu essen. Treeside habe ich auch noch. Ich habe auch noch... Okay, ich habe Stickies. Dann fülle ich die mal eben auf. Die sind alle voll. Trinke ich mal eben was. Ah, okay, super. Ach, da, guck doch mal. Komm her. Ich glaube, da war noch einer, oder? Oh, wow. Hallo. Jetzt zerkloppe ich hier schon meine Dings. So. Und noch einer. Hallo, mein Freund. Ey, was habe ich denn hier zu kämpfen mit denen, ey? Ey. Dem einen steht das Bein hier rauf. Okay. Gut, ich muss mal eben kurz baden gehen. Ich bin nämlich ein bisschen ange... 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 blutet, würde ich mal so behaupten. Aber ansonsten geht es mir gut. Ach, da kommt noch einer. Hallo. Oh, brennst du? Oh, wow. What the fuck? Sag mal, wollt ihr mich verarschen, oder was? Ja, ich glaube, jetzt geht es ganz gut hier, ne? Also Knochen haben wir jetzt mal genug. Das Todesfeuer der Rübe. Ich weiß gar nicht, wie viele Knochen ich da drin lagern kann. Aber ich brauche sowieso schon wieder was. Oh. Okay, Moment. Und dann nochmal den. Da habe ich doch schon wieder einen gehört. Au. Ich brenne. Nicht gut. Wer hat denn jetzt hier geschrien? Sag mal, Junge. Junge. So, dich nehme ich jetzt mal auseinander. Mein Freund. So. Da ist auch noch einer. Das gibt es auch nicht. Wie viele kommen denn jetzt hier noch? Ja, dann arbeiten wir uns mal ein bisschen vor, dass wir die mal ein bisschen auseinandernehmen. Können wir mal ein FNG bauen, glaube ich. Na, haben wir den jetzt gleich auseinandergenommen, oder was? Da war doch noch einer. Boah, Alter. Boah, Alter. Ach, Verwalter. Hallo, mein Freund. Moment. Eh, Wahnsinn, oder? So. Drop. Effigy. Wir bauen jetzt mal ein Effigy kurz. Da muss ich mal eben gucken, was ich dafür alles brauche. Ein Effigy. Small Effigy, Arm Effigy, Large Effigy. So. Da brauchen wir jetzt ein paar Beine und ein paar Arme. Wo ist denn hier alles hin? Ist das schon alles weg, oder was? Okay, dann nehmen wir den noch mal auseinander. Noch ein Bein. Da noch was. Da haben wir noch einen Arm. Warte mal, ich bring das mal eben kurz an. Ich glaube, ich kann gar nicht so viel mit mir tragen. Okay. Boah, wir müssen ja hier zum Massenmörder müssen wir hier werden, ne? Echt aber, na. Da ist noch ein Arm. Na, da ist noch ein Arm. Dann nehmen wir noch ein Bein. Okay, dann bring ich das nochmal kurz weg. Ich kloppe hier natürlich meine Sachen irgendwie kaputt. Okay. Dann nehmen wir hier nochmal was auf. Dann haben wir hier noch einen Arm. Dann noch ein Arm. Dann noch ein Kopf. Hier noch ein Kopf. Dann noch ein Kopf. Der rollt aber weg. Gut, da brauche ich noch ein paar Sachen. Was brauche ich denn jetzt noch? Ich brauche noch ein paar Arme, ein paar Köpfe, ein paar Steine. Steine haben wir noch. Ein paar Stickies. Das haben wir. Ich brauche nur noch Arme und Köpfe. Super. Cool. Cool. Jetzt brauche ich aber erstmal was zu essen. Cool G einmal drauf. Einmal drauf. Einmal drauf. Und einmal drauf. Die stinken nämlich schon, die Jungs. Jetzt zünden wir die einmal an. Kriegen wir noch lecker Knochen. Okay. Gut. Wir brauchen was zu essen. Okay. Die braten da. Wir brauchen was zu essen. Wir brauchen noch ein bisschen Rüstung. Würde ich sagen. Covered in blood. Okay. Ja, muss ich nochmal eben hier rausgehen. Wir können uns nochmal eben ein paar von den Schildkröten holen. Kriechen hier doch immer an. Ach, guck mal. Da hinten kommen schon ein paar Freunde wieder. Mhm. Hier kommt eine Schildkröte an. Okay. Okay, die haben wir schon mal. Die nehmen wir auch noch mit. Haben wir auch noch ein bisschen was zu essen. Und dich auch noch. Ja, das ist ganz praktisch mit den Schildkröten, ey. Super. Dann essen wir uns da nochmal eben kurz voll, weil ich habe nämlich nicht mehr allzu viel zu essen. Das ist nicht so gut. Was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein paar Dings. Knochen. Okay. Ah, ich habe auch noch ein Bein mit an Bord. Na gut. Das können wir auch mal eben hier, können wir auch das Bein mal kurz essen. Und dann gehen wir nämlich jetzt gleich. Gehen wir dann nochmal neues Holz holen, meine Lieben. Also wir müssen noch Arme haben, vier und sechs Köpfe. Also wir müssen noch ein paar von den Leuten hier umbringen. Und davon nehme ich mir nochmal welche. Nein, tue ich nicht. Okay, ich brauche erst noch, ähm, ich brauche erst noch wieder Cloth. Okay. Essen wir mal kurz ein Bein. Also lecker. Lecker Beinchen. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir machen hier mal kurz eine Pause. Wo kann ich denn jetzt den Stein hier? Hier kann ich nochmal drauflegen. Hier nicht mehr. Wir machen hier kurz eine Pause und dann gehen wir nochmal ein bisschen Holz holen, dass wir hier mal unsere Hütte fertig gebaut kriegen. Und dann gucken wir mal in der nächsten Folge, wer hier wieder so rumkommt bei den Jungs. Und Koffer müssen wir noch öffnen. Also bis zur nächsten Folge. Ciao. Ciao.